Musik Direkt am Eingang zum Müritz-Nationalpark am Ende der Stadt Waren liegt das gleichnamige Ferienhaus. Zwei gut ausgestattete, gemütliche Ferienwohnungen nehmen sich hier in Empfang. Musik Von der unteren hat man auch sofort Zugang zum kleinen, großen Garten, der gleich mit mehreren Sitzecken zum Verweilen, Plauschen, Kaffee trinken und Entspannen einlädt. Musik Wen es hinaustzieht für Unternehmungen, bekommt auch gleich viel geboten. Musik Sei es mit versteckten Badestellen in der Nähe, weiten Feldern zum Spazieren oder Radausflüge in die Umgebung. Musik Ein tolles Ferienerlebnis, genau an der Schnittstelle zwischen Stadt und Land. Alles ist möglich, aber wann kommen Sie? Musik 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 Musik